pokémon strahlender koko moin oder was geht heute zeug ich mal wieder es hat ja noch dieses game haben wir das team gemacht ich bin ein uhr an egal letztes video gemacht ja hoffentlich entwickelt sich heute rafael und sude sude war auch noch gut aber dann ist einfach so sturm gerade ok let's go so tun das ist immer entsteht ein seltsamer typ vor den ruinen er sieht aus wie ein astronaut das ist so komischer terrorist egal er geht mir auf die nerven kannst du immer auf die fress hauen ah ja hallo hallo dieser schiebige ort ist vollkommen bedeutungslos er macht auch nicht wenn ich hier so gerade die bombe zünder und es ist eigentlich mir in den weg zu stellen hätte ich dich ganz einfach mit einem punkt beim kampf nicht die zwingen aber mir anlegen ja er kommt das schnauz einer einpacken wuppel von koks fordert mich heraus let's go alter mit welchem vorkommen kann man die knie zwingen ich habe mit dem vorkommen ist einfach scheiße du musst das nicht mal werden nur 25 lustig 700 50 punkte oh mein gosh ich bin die bunke uuuuuh hehehe ja der typ ist tot let's go oh das war ja unerwartet sogar let's go davita let's fucking go ui jetzt kann man mit dem ding auch ein bisschen kämpfen das ding ist ein schild jetzt einfach aber egal das fällt mir alle zu viel ich habe schließlich auch nur zwei hände was soll ich denn diese einen oder verschwinde ich mir lieber oh du warst großartig was für ein starker trainer du bist als älteste von in dieses frechchen mir dir hiermit meinen dank aus na nö darfst du dich mal diesen thalassmann sehen in dem dach aus den arsch was sagst du da mein enkel sind dir hat dich gebeten mir den thalassmann zu bringen ja in dieses hell gestellt ja gottheid ja cool krass ruin ja ich guck mir den an die drei pokémon sehen let's go du untersuchst die antike höhlenmalerei ein wunderschönste die rätselhafte form und zeichner gebildet vermehrwürdige gewisse bohle sind wie direkt mit eines dreiecks angeordnet in der mittel dieser anderen befindet sich etwas glänzendes was hat es damit für so auf sich die deutsche malerei folgendermaßen das symbol in der mittel steht für ein wesen das in alten zeiten hier existierte und so mächtig war dass man es aus gottheid verehrte als gegengewicht hätte sich diesen wesen so alt pokémon entgegen die dargestellte figuren die einen drei wie in ein dreieck angeordnet sind die sollten wohl die macht jeden wesens in schach halten so willst du mir ist es eine alte sage aus senno die meint sich noch heute hier erzählt hier nur diese tm wieso keine ahnung habe ich jetzt hier rumliegen nimm die jetzt oh fuck das ist ein surfer oh mein guck ich mache das von den p-teiler dauerhaft an aber dann kriegst du jemand die tms unterlegt zu machen und dann einfach 5 was machst du hier was machst du hier was machst du hier was machst du hier offenbar hat sich hier eine unbedeutende auseinandersetzung zugetragen wir sollten alle lieber einen schritt zurücktreten und die welt aus einem anderen blickwinkel betrachten einen weiter gefassten linkwinkel der das universum einbezieht um alles im richtigen maßstab zu sehen mein name ist adolf ich strebe nach der kraft mit der ich eine neue welt erschaffen kann eine welt ohne streut und konflikte wie sieht es so happy aus einfach war jetzt wieder so wütend alter hier scheine ich diese kraft und nichts vergebnis zu suchen doch sag haben wir uns nicht schon mal getroffen und zwar im körperweg solltest du etwas über meine kraft erfahrung bringen die in zusammenhangen mit den legenden steht dann lass es mich wissen denn genau diese kraft brauche ich um eine neue welt zu erschaffen mein gott der typ sieht so behindert aus schnell durch jetzt haben die dinger mal sicherheit alter 3.5 plus 7 ergibt 500.000 euro nenn schulden im zum nächsten oh posters ... ... j ich sch sch im gem im und im Deswegen bin ich so, erausgiputz, oui, oui. Aber nischt nur das, non, non, ich, ebosch, artrenniere, um a rena leiterin zu verdion. Du willst mich also, erausfordern, oui, bien, so soll es sein. Doch die Gevin rein verdicht sein, c'est moi. Das ist es schließlich meine Hoff-Gambo ALS Arena Lite rein, non? Let's fucking go. Luftzappellin. So, du machst das schon. So, die Eis-Attacke. Let's go. Klappt ab, sauber. Ich habe wenige angeboten, aber ich glaube, ich bin zahlan. Okay. Das ist relativ krass, sogar. Das Ding ist jetzt einfach tot. Jetzt ist Suhild drinne. Sind wir wahrscheinlich sofort instant verwirrt? Ja, Kofu Schaffer wurde zu der Hitze, ich habe es nicht geämmert. Geh vom Spielfall drunter. Oder, oder, ich habe Glück. Ich habe kein Glück, das weiß ich. Ich wusste es sogar nicht. Ich habe Glück gehabt, oh mein Gott. Let's try again. Geht nicht. Verwirrung, könnte gehen. Alter, Suhild, was eine Performance. Wollte ich schon lernen, ja, kenne ich schon. Bist du schon so weit? Ja, Suhild hat mal Ex an, Alter. Suhild ist so. Alles läuft scheiße. Suhild ist so. Und dann einfach tot. Ich habe mehrere Früh-Switch-Ins. Suhild zu Niki und Rafael. Und Geh-Go sogar noch. Das heißt, er kamerat und Dings. Fubi-Dakutscher. Ich benutze jetzt ein Früh-Switch-In. Zauberblatt, oh mein Gott, das hätte so der zerstört, also egal was, das hätte so zerstört, aber. Man, diese Attacken, Alter. Das ist einfach richtig hart und unfair, einfach. Geh-Go kann, 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 kann knallen. Geh-Go ist relativ fast, aber Traumatis ist auch fast. Geh-Go, du kannst das Ding so hart zerstören, einfach Lieblings-Pokémon, instant. Lieblings-Pokémon, wie gesagt, Lieblings-Pokémon, einfach Lieblings-Pokémon. Wurste ich. Komm, wenn du nochmal machst, dann Lieblings-Pokémon für immer. Garantiert. Oh, er macht das, er macht das, oh mein Gott. Einfach nochmal. Die Sätze noch mal mit rein. Wenn du das jetzt nochmal machst, einfach nochmal Lieblings-Pokémon. Ich kann nicht, Alter. Ich hab's schon für immer. Das ist einfach Top 5. Äh, die ganze Top 5 alleine. Fünf Plätze. Oh mein Gott, was macht er mit den Dingen? Mach doch nochmal über einer. Ah, nee, Sauberschein, oh scheiße. Geh-Go-Tankt das. Oh je, ich hab's auch. Oh mein Gott, dreimal durch die Fall gegen Verwirrung durch. Oh mein Gott. Alter, das war so lame. Du bist richtig da. Geh-Winne, dass ich verloren, Abby. Du gewinnst 6.400 Euro. Ah. 6.000 Euro, wo ich kann gar nichts. Oh, la, la, ich bin Erschüttert. Du und deine Pokémon Team, IHR Säden Globlich Stark. Incroyable. Dizen Orden, ABT IHR Euschverdi, oui, oui. Diese Orden lässt dich d'Ivm Attack surfer verwendion. Diese TMS Sindosh Fürdich, voilà. Ich bin Mirsischer, du Wirst die Gut Gebraoren können, oui. Nun denn, wie er erfolgt auf deine Weg. Die TM 65. Darin steckt die Attack Dunkelkland. Ein Zermasch-Tiger angriff, der OFT-Land des Voltre-Fahr, oui, oui. Du hältst die Sticker, die da. Ich will nicht die Sticker haben. Was für Sticker? Oh, Zitio. Ich bin froh, dich zu sehen. Du glaubst ja nicht, wie schwer es war, dich ausfällig zu machen. Meine Großbruder hat mir erzählt, was in der Lüses passiert ist. Danke für alles, dass du in den Ruin getan hast. Diese Arschloch heute Kacke machen. Ja, die Gelnachtig, ganz, ganz schlimme Leute ficken. Ja, Turo, tschüss. Geh nach Facebook, da ist Bücher, keine Ahnung, was man machen sollt. Egal, tschüss. Leute, ich will erst mal sagen, wenn ihr diese Punkt gefallen, dann wünsche ich mir das Spieltoken. Wenn ich auch schaue. Tschüss. Los, 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 feuer! Feier, 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 feier!